Heute sind wir in den Hallen von NARTEK. NARTEK bietet Konstruktionen aus Nagelplattenbindern in allen gewünschten Formen mit dem dazugehörigen Service und ist ein langjähriger Kunde von Z-Laser. In der Holzbranche können Sie Ihre Produktionsprozesse mit unseren Laserprojektoren deutlich optimieren. Laserlicht eignet sich hervorragend für Anwendungen, bei denen beispielsweise Arbeitsmaterial an Sägelinien, Fräspfaden oder Bohrpunkten ausgerichtet werden muss. Laserprojektoren, die bei Leim- oder Nagelbindern zum Einsatz kommen, sorgen für deutlich schnellere und genauere Ergebnisse. Die Anwendung dabei ist im Grunde sehr einfach. Unsere Laserprojektoren erzeugen aus der vorhandenen Konstruktionsdatei ein Laserbild im Originalmaß und projizieren dies auf die gesamte Arbeitsfläche. Somit wird die exakte Position der Pressböcke, der Holzbohlen und der Nagelbinderplatten angezeigt. Die AC-Presse fährt in diesem Fall vollautomatisiert an vorgesehene Positionen und presst die Nagelbinderplatten in die Holzbohlen. Um komplette Nagelbinder mit dem Laser abzudecken, arbeiten unsere Kunden in der Regel mit Multiprojektionssystemen, bei denen mehrere Laserprojektoren in Reihe geschalten werden. Dies ermöglicht Projektionsflächen von kleinen Aufbauten bis hin zu großen Konstruktionen, die die gesamte Halle erfassen können. Durch die projizierten Laserlinien beübrigt sich das Zeitraum der Nachmessen per Hand und ersparen somit unnötige Rüstzeiten selbst bei komplexen Konstruktionen.